hallo liebe kinder hier ist euer weihnachtsmächer der weihnachtsmann ist noch ein bisschen beschäftigt deswegen kümmere ich mich mit meinem wunderschönen bad mich heute um euch ja warum weil das so ist denn wir haben hier unseren ersten adventskalender den habe ich mal in karat bestellt und zwar seht hier das ist der adventskalender für erwachsene was heißt adventskalender für erwachsene das er für erwachsene ist beziehungsweise for the man of spirits was heißt the man of spirits das heißt dieser kalender für erwachsene ist und spirituosen inhaltet diesen bekommt ihr bekam dir im november bei pennymarkt und wir wollen mal rein sehen wir wollen mal rein sehen was da drin ist das heißt wir müssen den erstmal packen und tja da ist es wieder das problem der plastik von mir so das haben wir erledigt und jetzt schauen wir mal was dieser wunderschöner kalender so in sich wird wenn wir reinkommen und somit willkommen zum einklang des adventskalenders 2019 bei ich habe leucht wir haben hier noch etwas folie und dann können wir das hier aufklappen wir haben hier zwei verschiedene päckchen nummer zwei und hier päckchen nummer eins okay wir befinden uns am ersten tag das heißt immer noch mal rein sehen was ich hinter tür und vorsichtig meinen grob gewachsene wunderschöner bad hier mal durchsehen schauen wir mal an was ich hier zu finden vermag ein bratapfellikör kleinen moment wo ich kann mal einen bratapfellikör mit 17 prozent wunderschön einfach wunderschön das legen wir hier zur seite und wir sehen uns am nächsten Weihnachtstag wieder es hat etwas gedauert tut mir auch ein bisschen leid aber mein bad braucht etwas zeit also bis morgen meine lieben ganz termin gesagt wenn wir nicht aufhörert bist du ja bist du